Statt zu versuchen, genau das wiederzugeben, was ich vor Augen habe, bediene ich mich der Farbe viel willkürlicher, um mich kraftvoll auszudrücken. Es ist menschlich, über etwas verärgert zu sein, aber es ist nicht gut, in diesem Ärger zu verharren. Es ist manchmal ein gutes Mittel, die notwendige Einsamkeit zu sichern, damit man sich auf etwas konzentrieren kann, was man tiefer erforschen will. Ist uns das Leben nicht gegeben, damit wir reicher werden im Geist, auch wenn die äußere Erscheinung leiden muss? Es ist nicht recht, nur eine Sache zu kennen. Man wird dumm davon. Man sollte nicht ruhen, bis man auch das Gegenteil kennt. Wenn Blumen gleichgültig welcher Farbe und Formen zusammenstehen, kann niemals ein Bild der Disharmonie entstehen. Denn Maler begreifen die Natur. Und lehren uns sie sehen. Die Tatsache, dass mich das Bewusstsein meiner eigenen Fehlerhaftigkeit vor vielen Fehlern bewahren wird, hindert nichts daran, dass ich trotzdem noch sehr viele Fehler begehen werde. Man sollte an die Vergangenheit denken, ohne sich mit allzu schwermütiger Sehnsucht in sie zu versenken. Ich mache mir immer wieder Vorwürfe, dass meine Malerei nicht wert ist, was sie kostet. Der nicht gelernt hat zu sagen, die und keine andere, weiß nicht, was Liebe ist. Wandlung ist notwendig, wie die Erneuerung der Blätter im Frühling. Leiden ohne zu klagen ist die einzige Lektion, die wir in diesem Leben lernen können. Ich denke immer, das beste Mittel, Gott zu erkennen, ist viel zu lieben. Mit einem Bild möchte ich etwas Tröstliches sagen, so wie Musik tröstlich ist. Manchmal lässt es sich nicht vermeiden, dass man Anstoß erregt. Die Kunst ist Glaube und zwingt zu der Pflicht, die öffentliche Meinung zu ignorieren. Wir haben Fröhlichkeit nötig und Glück, Hoffnung und Liebe. In der Zeit, in der wir leben, kann es einem passieren, dass man aus einer Schlacht zurückkehrt und sich schämt, gekämpft zu haben. Es ist besser, feurig von Geist zu sein, selbst wenn man dann mehr Fehler begeht, als beschränkt und übervorsichtig. Im Süden werden die Sinne geschärft, die Hände werden wendiger, das Auge aufmerksamer und das Denken klarer. Geld kann zurückgezahlt werden, eine Güte wie die Deine nicht. Der Kummer darf sich nicht in unserem Herzen ansammeln wie Wasser in einem trüben Tümpel. Bewahre Deine Liebe zur Natur, denn das ist der richtige Weg zu immer besserem Kunstverständnis. Das Ideal der Einfachheit macht das Leben in der modernen Gesellschaft noch schwieriger. Bis zum Schluss! tsch Untertitelung des ZDF, 2020